Und, sieht man die Reflektion? Nur ganz wenig! Ich bin der Gerold Brenner, ich bin Designer. Wir sind heute im Schaufensterclub, wo ich mit Pascal Wiedemann und Beatrice Wörsch den Club Radikal gegründet habe, um alten Kleidern neues Leben einzuhauchen. Das neu kreierte Teil ist ein Schlupfhemd, das mit neuen Proportionen arbeitet, überweit ist und ich bin rundum sichtbar, 360 Grad, das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ich habe hier einen kompletten Refleksstoff, dann habe ich hier ein altes Armee Blachet, das sieht man natürlich auch an den ganzen Ösen, wo das im Boden und so weiter eingestampft wurde. Dann habe ich alte Jeans verwendet, was bei mir natürlich immer ein Thema ist und somit ist ein komplett neues Teil erstanden, das so noch nicht da war. Ja, jetzt sieht man, wie sichtbar ich bei Nacht bin, dass man nicht nur in einerlei der Sichtbarkeit von manchen Sportswearmarken sein muss, sondern dass Sichtbarkeit ein ganz, ganz großes Modethema sein kann.